Aus dem Desire-Album und das ist jetzt wohl wahrlich für uns eine Weltpremiere, denn den Song haben wir extra für heute Abend einstudiert und mit unserer Gastgeigerin, Jarek, spielen wir heute auch das erste Mal zusammen, das ist heute extra für diese Ausstellung arrangiert und der Song heißt One More Cup of Coffee for the World. Musik 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 Vielen Dank.